. . . . Hast du dir eigentlich dein Lunchpaket eingepackt? . . . Ja, wie die Kinder in der Schule heute. Kippe und Kohle. Energydrinks, ne? Ja. Eine Kippe. Eine Kippe natürlich, genau. Und eine Energieriegel. Gut so. Ja, mehr brauchen wir aber nicht mehr. Und ein Waifu trinken die heute ja auch oftmals. Ach, stimmt. Ist das nicht so übelst teuer? Irgendwie 5 Euro so eine Flasche? Ich glaub ja. Ist halt von Nestle. Ah, okay, ja gut. Ja, dann bezahl ich das auch gerne. Ja, klar. Wir müssen zu den orangenen Punkten, oder? Ja. Ah, okay. Das ist Wartungsbunker B. Mach mal nicht ein Fass auf. Ah, hier. Gibt's hier wieder was zu looten? Ne. Schade. Die Sachen wie spawnen nicht mehr. Hm. Oh, das ist schade. Ah, hier sind Pillen. Oh, hier sind Pillen. Oh, dann komm ich mal rüber. Und ne Feldration. Okay, ein paar Sachen sind hier. Weil Pillen kann man ja nie genug haben. Ne, Pillen sollte man immer mitnehmen. Sehr schön. Geil. Okay. Ja, und ab dafür. Ab dafür. Los geht's. Hast du auf deinem YouTube-Kanal eigentlich schon mal so ne Vorstellung gemacht? Was für ne Vorstellung? Wer du bist, was dich auszeichnet. Nein. Bisher noch nicht. Soll ich das tun? Das kannst du ja sonst mal im Let's Play machen. Was zeichnet dich aus? Ja, also hallo. Mein Name ist der Alex und ich reite gerne. Hallo Alex. Ja. Ich mag am liebsten Pferde. Am liebsten in der Wurst. Ja. Und ähm. Lasagne geht auch manchmal, ne? Lasagne geht auch, ja. So ne geile Pferdelasagne ist auch schön. Und natürlich, ich komme aus der katholischen Kirche. Also ich bin dort 20 Jahre quasi eingesperrt gewesen. Dann durfte ich raus und da haben sie gesagt, ach so was wie dich muss man auch mal in die frische Luft lassen. Ja. Dann habe ich den Günther kennengelernt, als ich in meiner Tasche nach Monstern gesucht habe. Das war ganz skurril, ja. Da habe ich einfach aus der Tasche die ganzen Monster gepullt. Plötzlich war ich da, ne? Ein wildes Günther erscheint. Plötzlich kam der wilde Günther da raus und habe mit meinen Bällen gespielt. Ach so. Hier ist ein Elch. Hier ist ein Elch. Rache! Ich habe ihn. Das zählt nicht. Ich möchte mich auch noch an ihm rächen. Ja, wir finden bestimmt noch einen. Ja. Ja. Und so war das. So bin ich hierher gekommen. Ja. Und was macht es euch aus? YouTube. Sag mal. Schreibt mal in die Kommentare. Genau. Schreibt es in die Kommentare, wer ihr seid. Oh, da ist doch ein roter Fettsack. Hallo, roter Fettsack. Das erste Kommentar dann. Ich bin der rote Fettsack. Warum hast du so über mich gesprochen? Wirklich. Das ist voll asozial. Kannibale. Ich bin fast über den gestolpert. Ah. Das sind die Zuschauer. Die hängen am Baum. Die treuen Zuschauer, ne? Ja. Ja, ja. Oh Gott. Ist hier ein Lager? Ja. Ja. Aua. Die hat mich umgerumpst, die alle. Alte. Dann war die tot. Der auch. Okay. Ich glaube, ich muss bald Bolzen irgendwie wieder machen. Du kannst die ruhig alle einsammeln. Ich hab einen noch eingesammelt hier. Kannst du den Rest einsammeln. Oh, ich hab einen Knochen gefunden. Oh, oh. Ich kann mir noch eine Knochenrüstung herstellen. Oh, oh. Das ist gut. Ach ne, ich hab kein Klebeband mehr. Okay. Aber wenn ich wieder Klebeband habe... Dann werden wir bestimmt gleich irgendwo. Kannibale, geh weg. Lass uns in Ruhe. Warum haben die hier eigentlich Energieriegel? Hier ist noch ein Bolzen. Hier ist noch ein Bolzen. Ach ne, hier ist ein Speer. Das ist kein Bolzen. No. Ja. In die Möpse. Du Drecksau. Oh. Ich hab ihr voll auf die Brust geschlagen. Ja. Und hier haben wir ordentlich Holz vor den Hütten, ne? Bei der Hütte. Aber die Rüstung ist geil. Selbst die Blätterrüstung hat einmal Stand gehalten. Erst beim zweiten Eingriff war die runter. Das ist nicht schlecht. Das geht. Okay. Wir müssen hier irgendwo graben, ne? Hm. Okay. Da. Ah. Schulz. Schulz. Ah. Ob die Kiki und der Submarine jetzt wirklich in der Feuerwehr sind? Nee. Ich glaub, die machen erstmal Beziehungstherapie. Ich glaub auch. Du hast deren Beziehung zerstört. Ich? Und dieses Let's Play wird es erst recht tun. Wer hat die Beziehung zerstört? Der, der fremd geht? Oder die Person, mit der er fremd geht? Ja, die beiden zusammen. Ja, im streng genommenen. Muss man ja. Okay. Hm. Ein paar Cappuccino-Creme. Hm. Schmack und fat. Ist das hier jetzt ein Wohnbunker? Nee, das ist noch ein Maintenance-Bunker. Ah, okay. Dann ist der nicht so groß. Oh, Klebeband. Knochenrüstung. Sind hier Babys? Bitte nicht. Hm, hm. Ah, endlich. Wer kann's ne Feile machen? Oh, Muni. Und neun Millimeter. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Nice. Geil. Oh, neuer Bunker. Wartungsbunker C. Geil. Wir holen uns jetzt alle Bunker. Ich hab leider keine Resin mehr dabei. Warte, soll ich drucken? Ich kann drucken. Ich hab ganz viel dabei. Ich hab das nicht weggegeben. Ich drucke dir welche. Aber was druckt der gerade? Ach, hast du den Auftrag schon gegeben? Hm. Hm. Okay, er druckt gerade. Kannste gleich mitnehmen. Scheiß Fernseher. Äh, hier sind noch Tabletten. Ja, geil. Oh, wir haben, wir haben einen Bogen jetzt. Uh. Ja, geil. Und jede Menge Tabletten, das ist doch mal was Nices. Das ist schick. Endlich können wir in Ruhe Pillen fressen. Das Einzige, was wir wollen. Ja. Immer Pillen. Kann man sehen, wie viele Pfeile man noch hat? Äh, weiß ich gar nicht. Weil die werden mir irgendwie nicht mehr angezeigt. Inventar. Hier ist noch Resin, falls du brauchst. Oh, oh, oh. Das ist gut. Aber ich kann sonst auch noch Pfeile drucken. Wir können auch mehr drucken. Ja, dann mach ich gleich auch nochmal welche. Ich hab noch so viel. Ich hab nichts zu Hause gelassen. Ich hab alles mitgenommen. Ja, weil ich hab irgendwie tausend Stück zu Hause eingepackt, weil ich dachte, ja. Oh, oh. Alles gut. Kann wieder losgehen. Geht schon wieder los. Kaffeemaschine. Geil. Wie viele Pfeile sind das immer? Ich glaub fünf. Okay. Also ich glaub, wie viele Knochen hast du jetzt? Weil ich brauch glaub ich noch einen für ne neue Rüstung dabei. Ich hab vier. Und ich hab jetzt auch Klebeband. Ah, perfekt. Dann kannst du ja wieder einen machen. Ja, ich mach gleich noch einen. Äh, kann man nicht noch mehr drucken? Achso. Oh, sorry, jetzt hab ich die weggenommen. Ne, alles gut. Ich glaub ich hab zu viele jetzt. Okay. Dann nehm ich die erstmal. Trinkflasche, Maske, Enterhaken, Tagmesh. Was ist das denn? Tagmesh. Ich mach das mal. Ja. Was uns auch immer das bringt. Ich mach mal kurz Rüstung in der Zwischenzeit. Ja. So. Seil. Und einmal Rüstung. Ist schon fertig? Was ist da? Gute Frage. Äh. Mit den Bogen. Okay, doch. Ne, okay. Mit dem Bogen kannst du nicht die Lampe halten, wenn du schießt. Okay. Okay. Was hab ich denn jetzt gemacht mit dem? Was ist Tag? Was ist Tagmesh? Was ist das? Was? Was zum Teufel ist das? Gute Frage. Da. Ich kann das kombinieren, aber womit? Da. Ne Tech-Rüstung kann man damit machen. Wenn man Klebeband hat. Oh. Geil. Mit Batterien und Platine. Alter, geil. Okay, Platinen. Hast du die hier gefunden, oder? Ich hab eine aus dem Fernseher geschlagen, da hinten. Ah, okay. Kannst du auf die Fernseher einfach einhämmern. Ich schau mal. Hab ich dich getroffen? Ne, alles gut. Gut. Können wir noch irgendwas schönes machen? Einen Schlitten? GPS-Gehäuse, Feile, Trinkflasche. Ich mach mir nochmal ne Maske. Ja. was wir haben ja eigentlich muss es ja alles geben findet techmash rüstung ja ein klebeband aber nur ich müsste ich habe das aber dummerweise schon ja ich habe sonst noch klebeband warte ich rüste das mal aus sieht voll geil aus deine rüstung sieht voll geil aus ich nehme mal kurz die maske ich habe eine rote maske guck mich mal an hallo ich bin ach du scheiße ich gehe mal kurz herrn rucksack oh gott das ist so kacke ich sehe nichts war ich muss mal ein stück weiter weg ich muss mal das ist ein bisschen blöd gemacht jetzt kann ich nicht in den rucksack schaue doch jetzt ahaha so einmal ein klebeband wo hat der günther denn klebeband du hast kein klebeband mehr da war noch gerade die pillen oder ja aber du hast kein klebeband mehr also mir werden noch drei angezeigt aber ein klebeband wo sind hier noch mal oder bin ich in meinem rucksack jetzt hast du das ist das ist kein klebeband hast du deine hand hast du genau aber das kann man in die hand packen und klebeband nicht nee aber wir finden noch klebeband wenn ich das nächste mal was finde mache ich das direkt ok dann können wir zurück war und dann weiter ich würde sagen zum nächsten punkte ja wir haben ja nicht viel aufgesammelt das stimmt mal sehen wo der nächste bunker ist ob wir einen sehen hallo freund haha verkackt ok ich sehe aber kein wartungsbunker die scheinen alle am arsch der heide zu sein waren wir schon in der höhle da vorne in der da nicht glaube nicht meinst du wir sollten es tun also wir haben jetzt ja halt auch schrotflinte dabei ne weil das dürfte und wir haben pillen wir gehen da rein oh ja ich dachte weil so auf engen raum ist ja egal wo man hinschießt stimmt da trifft man ja eh das stimmt ja wir gehen da rein oh hier ist ein flugzeug ich glaube das kennen wir aber schon das stimmt da war ich war hier schon stimmt du warst nicht dabei ich bin da irgendwie weiter geflogen vielleicht gibt es hier noch was geiles was ich nicht mitgenommen habe für dich auf jeden fall lederjacke oh die ziehe ich mir mal an du was die habe ich nicht ich will die auch wo waren die lederjacke bei ihm auf dem beifahrersitz hast du die vielleicht auch eingesammelt nicht dass ich wüsste oder habe ich die und habe die nicht angezogen das kann auch sein das wäre wieder typisch ich oh gott ich habe so viel mit dass ich gar nicht weiß was ich alles habe aber was ist das oh ja ich habe sie ich habe auch eine taktische jacke die ziehe ich mal wieder an ja die die habe ich auch angezogen und darüber glaube ich jetzt die lederjacke oder ich weiß nicht ob das geht ne ich glaube man kann immer nur eins anziehen ok was ist denn da vorne schon wieder für ein symbol jetzt das orange ne das ist neu soll man darüber mal probieren was es ist ja wir können auch in die andere höhle da ist ja noch eine wir machen davor aber vor jeder höhle in der wir waren machen wir dann ein zelt dass wir wissen wo wir gewesen sind ja und auch speichern vielleicht und auch speichern genau hier ist auch noch ein seil und eine semmel hier sind auch leute abgestürzt aber nix dabei bist du schon da ne da wo du runtergejumpt bist da waren so bauarbeiter ok war aber nix dabei ne da rechts und kann die ballen von uns ich habe sie auch gehört ja gut aber wir sind ja eh gleich da hier ah hier ist was hier ist wieder ein bagger schön hier ist keine ahnung doc radio energy drink und deswegen sind wir hier ne ich glaube ich kann ach hier ist doch ein gps-pile sender das wars ah ok das bedeutet gps sender ok dann zur höhle wa jo den fluss einfach hoch oh da ist noch ein bagger auf der lage da ist sogar eingezäunt was ist da denn was ist das was haben die hier gemacht oh können wir hier rein oh wer kann hier rein sollten wir speichern ich glaube wir sollten speichern naja warte ich baue hier gleich mal ein zelt auf ja ich glaube ich habe meine plan zu hause gelassen ja ich habe alles dabei kein Problem ich bin auf alles vorbereitet perfekt ich habe alles im inventar was wir brauchen äh ich kann hier keine plane aufstellen glaube ich oder und hier geht es auch nicht weiter glaube ich ne oder können wir das also ich glaube wenn das gold weg ist oh hier ist dreimal klebeband uh tech mesh aber doch hier geht es weiter oder ah ok das kann sein ne ok man geht hier im kreis dabei ähm ja ok dann lass uns zurück ja ich will dafür auch keine haftbombe irgendwie ich meine aber voll nice hier haben die also was ausgegraben dieses goldene zeug davon haben wir doch ein klumpen habe ich mitgenommen ja das ist irgendwas denn ich glaube zwei haben wir davon also haben wir auch im ausgelassen glaube ich das hat auch irgendwas zu sagen schon wieder achso ich baue mir auch mal kurz so ne Rüstung ne wenn wir hier schon sind jetzt habe ich ja alles zusammen ne jetzt habe ich keine Batterien mehr ah scheiße kann ich kannst du dir die oh ne ok ich habe auch keine mehr also müssen wir vielleicht doch gleich ein Nachtsichtgerät nehmen ja vielleicht ja oder wir finden Batterien in der Höhle oder so liegen ja überall rum irgendwas ist ja immer oh wir haben eben auch Pistolenboni gefunden ja da lagen ein paar Kugeln aber nicht viele warte mal wir können auch Tierhautrüstung machen ja warte das mache ich auch mal ich mache noch mal Blätterrüstung ja ach stimmt weil ich den Elch eben gelegt habe ne ja da gab die Tierhaut da dann das ja ja das ja da ja echt schon ja voll was rüstung angeht das gut ist zwar nur eine minderwertige aber immerhin rüstung ist besser als keine also ich habe jetzt drei ich habe jetzt bis zu den letzten fehlt mir nur noch also neun sind das glaube ich von zehn das eigentlich ganz einfach brauchst du nur blätter und einen stoff stimmt ja dann mache ich mir auch mal welche haben kannst du nicht geil kann ich noch schnell was trinken erst mal so ein energy rein in die figur schön schön das sieht schon irgendwie in der höhle aus vielleicht können wir hier rein aber hier sind was hier ist was gerade haben zwar nehmen wir alles mit okay das ist wahrscheinlich der ausgang von der höhle ich denke mal ist das die kletterhöhle es gibt so eine hülle da muss man die ganze zeit klettern also ich will ja nichts sagen aber hier im spiel so über gegenstände rüberkommen ist echt ein bisschen krampf ist es auch das ist echt nicht so einfach in die berge ich hasse die berge oder die berge dann nicht kann man da dann viel mit der seilkanone da machen oder ja man das kann ja ja wir werden das noch erleben in der berge in bergen ist auch eine höhle da oben ja bestimmt hallo kannibale mein freund schön da bleiben dann tue ich dir auch nichts aber uns werden jetzt schon relativ viele dinge hier angezeigt auf der männer ja ist das da der wartungsbunker wo wir noch nicht waren der eine ich bin mir gerade unsicher da wo kelvin in der nähe das ist der wo wir schon waren glaube ich ja ich glaube auch weil da ist ein zelt von uns ja wir müssen das echt konsequent machen überall zelte aufstellen dass wir genau wissen wo wir gewesen sind gerade wenn man ein paar tage dazwischen sind ja wir haben jetzt noch zwei bunker die wir noch besuchen können die wir schon aufgedeckt haben aber wir wissen noch nicht wo sie sind ich nehme an auf der anderen seite der insel hinter den bergen glaube ich auch ein bisschen zeit haben wir heute ja auch noch stimmt ist ja erst ist erst halb neun das geht ja da geht noch was wo ist der eingang wahrscheinlich unten wahrscheinlich ne ja da unten bestimmt ja hier hier sind auch wieder solche komischen junge ist das gut ich würde mal sagen nein also ich habe bock auf schrotflinte schön durch in die oma immer rein immer rein da ist ein lufthahn brauche ich das gute hier müssen hier locker runter tauchen oder ich glaube auch okay die sind hier festgebunden ach du scheiße das ist die katholische kirche ich sag's dir zu dem würde das passende ja die haben sich bestimmt die haben gesündigt und sie haben es gern getan ja ja hallo hier liegen beide oh gott Der hält ganz schön was aus. Oh ja. Die anderen dafür nicht. Nö. Hier ist noch ne Sauerstoffflasche. Okay. Hier aufm Boden. Nice. Hier sind wieder Kreuze. Mhm. Unsere Freunde. Und da hinten gehts weiter. Okay, hier gehts weiter. Oh Gott, wo gehts denn hier hin? Oh. Eieiei. Moin. Moin. Es geht wieder. Ah, hier unten. Oder auch nicht. Ist hier ne Sackgasse? Oh Gott, wo sind wir denn hier? Was ist denn hier runter? Vielleicht hier? Ne, hier ist kein Durchgang. Hier aber. Okay, wo bist du? Hier oben, oder? Ja, ja, ja. Okay, wo bist du da hinten? Ah. Da kann man ja aber auch schwimmen. Ja, hätte man auch machen können. Looten. Looten. Ja. Geil. Schrotkugeln. Geil. Ich muss mich mal aufwärmen. Mir ist ganz kalt. Mir langsam auch. Ich mach mal kurz ein Feuerchen. Ja. Das ist gut. Das lieb. Danke. Ah, es brennt. Ah. Oh, jetzt brenne ich. Ich brenne auch. Höre ich auch wieder aufzubrennen, oder muss ich ins Wasser? Gute Frage. Okay, das zieht mir gar keine Gesundheit ab.